Ein Fight im Schwergewicht zwischen Roy Big Country Nelson und Antonio Bigfoot Silva. Da sehen wir uns doch mal an, wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesem Schwergewichtskampf geht. In the red corner, this man is an international artist. 19 wins, 9 losses, and 1 no contest. He stands, 6 feet 4 inches tall, weighing in at 264 pounds. Fighting, and a broken up職, Polaro, Antonio Bigfoot Silva! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. A Kung-Fu Fighter, holding a professional record of 22 wins, 13 losses. He stands 6 feet tall, weighing in at 263 pounds. Fighting out of Las Vegas, Nevada, ladies and gentlemen, an Ultimate Fighter Season winner, Royal Big Country Nelson! And when the action begins, referee in charge, Dean. Und da sehen wir Herb Dean, den Referee in diesem Kampf. So, los geht's! Oh ja, toller Leck, A K K K Kombination. Treffer! Oh, ein heftiger A K K K K. Ah, voll auf den Körper, was für ein Kick! Gut mit der Overhand. Treffer mit dem Deck. Ja, er bringt eine Kombination. Guter Kick, voll auf den Körper. Anfeuerung aus dem Publikum für Antonio Seba. Guter Arme in der Side-Control. Oh, oh ja, ja. Er ist wieder auf den Beinen. Schön ausgewichen. Oh, oh, heftige Schläge von beiden Seiten. Gute Treffer hier von ihm. Wechselt seine Techniken immer wieder schön. Oh ja, Roy Nelson mit dem klasse Punch. Der hat gesessen. Und genau diese Punches kennen wir ja von ihm. Wir wissen ja, wie viel Power der in seinen Strikes hat. Ja, er steht wieder. Oh, er ist angeschlagen. Oh, was für ein Niederschlag. Wahnsinn, starke Rechte. Starker Haken. Der Jepp kommt an. Tolle Angriffe. Jetzt kommen beide wieder hoch. Ja, knallharte Linke. Ja, schöner Oberhild. Schöne Rechte. Oh, je, je, je. Jetzt kämpfen sie mit offenem Visier. Hake, Hake. Da, klasse Uppercut. Ja, der Uppercut kommt an. Super Punch ist jetzt. Starker Angriff zum Kopf. Und jetzt ist der Fall zu Ende. Das war schon fantastisch, wie er diesen letzten entscheidenden Uppercut geschlagen hat. Mit voller Härte nach oben gezogen. Und da ist sein Gegner schwer zu Boden gegangen. Kommen wir jetzt zu unserer Kampfwiederholung. Und jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen Ergebnis. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean is going to stop for this contest at 2 minutes, 27 seconds in the very first round. Deploying the winner by knockout Roy Bitt-Country Nelson. Roy Nelson holt sich heute ab, den Sieg durch Kao.